Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Farnway. Ich bin André und ich bin Ramona und wir haben einen gemeinsamen Traum. Wir wollen gemeinsam die Welt bereisen. Und um diesen Traum wahrzumachen, haben wir unsere Jobs und unsere Wohnung in Deutschland gekündigt. Wir sind nun fast ein Jahr durch Australien gereist, hatten tolle Erlebnisse und Erfahrungen. Und weiter geht es mit Neuseeland und vielen Ländern in Asien. Es war die beste Entscheidung unseres Lebens. Kommt mit uns und lasst euch inspirieren. Bis zum nächsten Mal.